Judentag und herzlich willkommen zurück in The Forest, Alpha Version 0.05. Hilfe, Hilfe, wir stürzen mal wieder ab und es sieht so aus, als würden wir in der Hölle abstürzen. Stürzen, stürzen, abstürzen. Wir stürzen erstmal ab hier. Irgendwie sind die Lichtverhältnisse hier ein bisschen anders. Sieht ein bisschen aus, als wäre ich auf LSD. Unser Sohn ist noch immer mit am Start, ist ja klar. Ich habe mich, wie ihr seht, dazu entschlossen, das Ganze nochmal von vorne zu beginnen, denn einige Neuerungen der Patches sind eben nur verfügbar, wenn man das Spiel tatsächlich noch einmal ganz neu lädt. Sprich, keinen alten Speicherstand sich aufruft, sondern komplett neu startet. Das war jetzt gerade ein bisschen laut, aber was soll's. Kennen wir alle schon, haben alle schon tausendmal gesehen, beziehungsweise zumindest die Leute, die dieses Spiel selbst besitzen, haben es schon tausendmal gesehen. Die Leute, die nur zuschauen, haben es, glaube ich, jetzt gerade zum dritten Mal, vierten Mal oder so gesehen. Ich weiß es nicht. Und es wurde einiges verändert in Version 0.05. Und das schauen wir uns auch alles nach und nach über die nächsten Folgen an. Mal schauen, wie viele Folgen ich mache zu dieser Version. Ich hatte ja angekündigt in einem Vlog, dass es ein bisschen weniger wird. Denn, äh... Mann, bin ich groß. Sieht aus, als wäre ich viel größer geworden jetzt. Kommt mir vor, als ob alles weiter weg wäre. Denn wir wiederholen uns ja ansonsten ständig. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, komm. Nicht mehr alles, beziehungsweise nicht mehr jeden Dienstag und Donnerstag und Samstag und Sonntag, sondern eben nur noch dann, wenn es tatsächlich was Neues gibt hier in the Forest. Und das wäre zum Beispiel jetzt dieses Mal dieser Patch. Und es sieht tatsächlich hier ein bisschen anders aus. Was ist das für eine Pflanze? Ich weiß es nicht. Der war nicht giftig, das ist gut. Wir sammeln erstmal wieder fröhlich alles ein, was es hier so einzusammeln gibt. Ein paar Pilze. Häschen. Das ist übrigens eine neue Neuerung, die ich sensationell gut finde. Und zwar können wir... Bisher war es ja immer nur möglich, ein Häschen und ein Varan im Inventar zu haben. Wenn wir jetzt mal ins Inventar schauen, haben wir zwei Rabbits im Inventar. Und was wir auch haben, wir haben Aloe Vera. Das ist sehr, sehr gut. Denn das ist eine weitere Neuerung. Daraus kann man sich was Kunstvolles basteln. Was total sensationell ist, was man ständig benötigt. Um ehrlich zu sein, ich brauche es, glaube ich, bisher noch nicht einmal genutzt. Und zwar ist das Medizin. Man kann sich jetzt Medizin herstellen. Und man kann sich noch eine andere ganz interessante Sache herstellen. Was ich persönlich sogar viel geiler finde. Kommen wir auch gleich noch zu, beziehungsweise demnächst. Ich werde jetzt erstmal hier fröhlich alles machen, was wir hier so zu tun haben. Denn wir wollen ja hier klassisch auch ein bisschen spielen. Da habe ich auch schon wieder jemanden gehört. Das finde ich gut. So, Varane. Natürlich nehmen wir eine ganze Menge mit. Da werde ich jetzt auch erstmal ein paar Mal hier im Kreis rennen. Sind das gute Bären? Nein, das sind giftige Bären. Mensch, wie viel Aloe Vera hier wächst. Hörer! Noch ein bisschen Pilze, so. Komm, wir brauchen noch mehr Varane. Halt, stopp! Wow. Seid ihr schneller geworden jetzt? Kann das sein? So, erstmal alles mitnehmen. Wie gesagt, wir machen erstmal hier... Ups, das war einmal voll daneben. Wir machen das, was man eben immer am Anfang in the forest machen sollte. Erstmal fröhlich Dinge zusammensammeln, die man so brauchen kann. Und am meisten brauche ich eigentlich hier die Rüstung von den Jungs. Einmal wäre noch ganz gut. Gut, was essen sollte ich vielleicht auch noch. Beziehungsweise ich sollte mir tatsächlich mal eine Medizin reinpfeifen. Zack! Da ist unsere Gesundheit wieder voll oben. Da scheint was geändert worden zu sein. Denn eigentlich hätten wir unsere Gesundheit automatisch regenerieren müssen, dadurch, dass wir keinen Hunger mehr haben. Kann eben, wie gesagt, sein, dass da auch noch was verhindert wurde. Das schauen wir uns alles gemeinsam an. So, sehr gut. Dich nehmen wir auch noch mit. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir flitzen mal eben irgendwo zu einem Strand. Gruselige Geräusche. Okay. Ich weiß einigermaßen, wo wir sind. Zumindest ist mir dieser Ort hier nicht unbekannt. In die Richtung müsste eigentlich der Strand sein. Und in die Richtung werden wir uns jetzt auch einfach mal verpieseln. Denn, wie gesagt, wir haben ja schon ein paar von den Jungs schon wieder gehört. Von den Kannibalösen. Alter Vater, diese ganze Aloe Vera hier. Aloe Vera in the forest. Nicht Vera am Mittag, sondern Vera in the forest. Pilzchen. Was war das? Ach, ne. Das ist ja interessant, was hier alles rumliegt. Liegt viel mehr Zeug rum jetzt. Das finde ich ja gut, muss ich sagen. Kommt uns natürlich entgegen. Die Gegner verhalten sich nämlich, soweit ich weiß, jetzt auch ein bisschen intelligenter. Das ist auch meine erste Session. Auch meine erste Session. Da muss die Betonung liegen. In dieser neuen Version, in diesem Patch. Und dementsprechend kenne ich eben hier auch noch nicht alles. Und weiß auch noch nicht so ganz genau, wie das Ganze hier funktioniert. Die ganzen Neuerungen. Müssen wir uns alles anschauen. Was ist das hier? Kann ich euch einsammeln? Nein. Ihr seid nur Deko. Oh, hier ist so ein Baum. Das ist nicht gut. Die Pflanze nehme ich mit. Mein lieber Schwaninski. Wir sind doch ganz schön weit weg gespawnt vom vernünftigen Strand. Können natürlich... Ich möchte ganz gerne wieder unsere Base so ein bisschen da aufbauen, wo ein bisschen flaches Land ist. Hier, ist doch gar nicht so schlecht. Okay, ich glaube, hier ist doch schlecht. Die Jungs und Mädels wollen uns hier nicht haben, wie es aussieht. Dich nehme ich mit, dich nehme ich mit, dich nehme ich mit. Ich nehme alles mit. So, da sind wir jetzt auch am Strand. Meine Fresse ist das hell. Natürlich haben wir das Pedometer fröhlich in der Hand. Da wissen wir auch, wie lange wir gelaufen sind. Beziehungsweise, wie lange wir laufen. Jetzt müssen wir uns nun mal eben tatsächlich eine vernünftige Stelle suchen, an der wir gut uns platzieren können. Und es muss letzten Endes diesmal auch gar nicht so offen sein. Ich möchte ganz gern diesmal an einer Stelle bauen, wieder einmal mitten im Wald. Seid ihr giftig oder nicht? Ihr seid, glaube ich, nicht giftig. Ne. Eine Stelle, an einer Stelle im Wald, die... Oh, hallo. Du bist nur ein Dekomensch. Die umsäumt ist von Bäumen, damit wir nämlich schön viele Bäume in der Nähe haben, die wir nutzen können, um zu bauen. Hier ist eine schön flache Fläche. Das ist schön flach hier. Denn es ist recht wichtig, dass wir eine flache Gegend finden. Hier ist direkt ein... Sieht ja schon irgendwie ein bisschen komisch aus jetzt, das Wasser, ne? Spiegelt ein bisschen zu krass. Gucken, kann man hier irgendwas in den Optionen machen? Option. Terrain. Classic. Continue. Da hat jetzt nicht einen großen Unterschied gemacht. Das hier klingt für mich erstmal besser. Skylighting. Off. Continue. Hm, nö. Hat nicht so wirklich was geändert. Aber ich würde einfach mal vorschlagen, wir lassen uns hier einfach mal fröhlich nieder. Kann ich schade. Ich glaube, du bist ein Baum, den man nicht fällen kann, ne? Ne. Hm. Gut. Ähm. Na, wir gucken uns doch nochmal ein bisschen um. Zumindest ein klein wenig. Einfach, damit wir auch wirklich den besten Ort finden hier, an dem wir uns niederlassen können. Gut, dass uns die Jungs noch nicht entgegengekommen sind. Denn ich bin gerade ordentlich am trödeln. Wow. Wow. Er rennt den Baum nach oben. Und er ist wieder runter. Ich würde einfach mal sagen, die verprügeln wir immer schnell. Er scheint alleine zu sein. Au. Auf. Alter, ich hole irgendwie nicht so häufig aus, wie es eigentlich sollte. Mein lieber Schwan. Komm mal runter da. Komm runter. Alter. Das ist eine Action. Komm. Komm schon. Oh. Das hängt ja in der Luft. Alter. Wie geil das ist. Wow. 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 Das war hoch. Oh Mann. Das Verhalten wurde ja ordentlich verändert. Mein lieber Schwan. Wie weit können die denn springen? Komm mal runter da jetzt. Ich will die verprügeln. Wo ist er hin? Da. Alter. Das ist hier bloß nicht irgendwo runterfließen. Ah. Wow. Wow. Alter ey. Alter. Hier ist eine Höhle. Ach nee. Die Höhle muss jetzt nicht unbedingt direkt laden. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh. Was haben wir denn hier? Das ist ein Bug. Wo ist er hin? Schade. Der ist einfach weg. Mein lieber Schwan ey. Das ist ja eine Action hier. Die verhalten sich einfach mal ganz anders jetzt. Also viel. Es kommt mir viel. Also bei mir kommt es viel gruseliger an. Wie die sich verhalten jetzt. Gut. Wir bauen hier unsere Waze. Beziehungsweise unser kleines. Erstes. Hütchen. Müssen uns jetzt auch beeilen. Weil so lange dürfte der Tag nicht mehr sein. Sonne steht zwar noch recht hoch. Aber. Hier wird es ja ziemlich schnell dunkel. In diesem Land. Also ganz schnell mal hier ein bisschen was wegholzen. Und ganz schnell eben. Unser Standard Sicherheits. Unsere Standard Sicherheitsbaracke bauen. Und natürlich was zum Schlafen. Und jetzt eben hier. Zack, zack. So. Erstmal ein bisschen was fällen. Damit wir ganz schnell gleich das Ganze zusammenbauen können. Und immer schön in den Hintergrund schauen. Ob nicht irgendwo jemand ankommt. So. Ich kann einfach mal vorschlagen. Wupp. Wir bauen uns einfach mal. Hier direkt. Unser kleines Hütchen hin. Okay. Weiß ich alles. Fire brauchen wir nicht. Wir brauchen. Shelter. Okay. Das ist. Nichts Neues. Ach ne. Guck mal hier. Stickmarker. Hm. Woodbench. Okay. Egal. Wir bauen uns jetzt erstmal ganz kurz hier unser kleines Hütchen hin. Und zwar. Einfach mal. Oh. Aha. Das passt sich jetzt also viel besser an die. An den Boden hier an. Wie es aussieht. Oder es liegt da an der Stelle. An. Den Boden Gegebenheiten da. Wo wir gerade. Das Fensterchen platzieren wollten. Machen wir mal hier noch eins hin. Machen da noch eins hin. Und hier jetzt eine Tür. Äh. Schön ist es jetzt so nicht, wa? So. So passt es einigermaßen. So. Jetzt mal ganz schnell hier die Bäume. Oh. Kann ich nicht mehr zwei tragen? Müsst du doch eigentlich, oder? Guck. Eins. Zwei. Doch. Das geht. Und nimmt mehr Sicht, äh, weg auf jeden Fall. Das halten wir jetzt eher auf unseren Schultern. So. Schwups. Schwups. Und. Die Holzstämme bewegen sich jetzt auch so, als ob wir halt laufen würden. Kommt ein bisschen realistischer jetzt. So. Wir brauchen Ausdauer. Das macht natürlich Sinn, sich die noch schnell irgendwo anzueignen. Zum Beispiel, indem wir einfach mal was essen. Äh. Oder was trinken. Zack. So. Schnell mir noch ein Bäumchen gefällt. Mann, ey. Ich komme doch immer nicht darüber hinweg, über diesen. Über den Kannibalen, wie der sich verhalten hat. Das ist ja der Knaller. Also die sind ja auch vorher auf die Bäume gehüpft. Aber das, was der da gerade gemacht hat. Heu, 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 warte, 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 wo seid ihr, wo seid ihr? Oh shit. Shit. Okay, wir fällen einfach mal hier. Hoppa. Bleib weg. Fuck. Fuck. Okay. Ich möchte nicht drauf gehen. Echt nicht. Ganz ehrlich nicht. Oh. Oh, wo seid ihr? Komm her. Oh shit. So, nochmal eins ist tot. Nummer zwei sprintet da hinten rum. Es waren allerdings drei. Es waren drei. Gut, ich hoffe einfach mal. Wow. Alter. Alter. Sind die fies? Ich hole einfach nicht vernünftig aus. Jetzt aber. Jetzt mal wieder ein bisschen Ausdauer. Medizin. Alter Schwede. Das ist was ganz anderes jetzt. Mein lieber Schwan. Alter Vater. Huhuhu. Ey, die verprügeln einen hier ja vom allerfeinsten. Heftig. Das ist wirklich heftig. Ganz schnell das Ding fertig gebaut, ey. Da müssen wir uns noch schnell was zum Schlafen bauen. was essen. Ei, 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 ei. Wo ist noch ein Baum? Hier ist noch ein Baum. Die brauchen wir auf jeden Fall noch, die zwei. Da wir uns ja auch noch einen Shelter, wie gesagt, bauen müssen. Oh, so Rüstung wäre auch mal gut, ne? So, hier ist ein Stamm. Hier hinten ist noch einer. Wir müssen uns auch gleich mal schnell Medizin bauen. Das ist nämlich was, was wir uns jetzt machen können. Was wir uns jetzt craften können. Was vorher eben nicht möglich war. Mal gucken. Äh, Aloe Vera. Und da hinten, da runter, da, da, da. Shit. Aloe Vera. Mist. Unter dem Getier ist die Pflanze, die wir brauchen. Da war sie. Rechts, rechts. Zack. Matt's Restore's Health. Da machen wir uns direkt noch mal ein bisschen mehr von. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Gut, egal. Wir haben zumindest einmal... Oh. Was ist hier los? Da hatte ich wieder irgendwas in der Hand, was ich zu dem Zeitpunkt nicht in der Hand haben sollte. Na gut. Mal zuschlagen. Sieht's dann aus? Nö, wir halten die Achse nochmal ein bisschen komisch. Naja, was soll's. Zack, zack. Und auch noch... Den letzten hier einmal angebaut. Und jetzt mal ganz schnell hier noch ein Shelter hingestellt. Hier. Wir machen uns so eins. Da so. Stämme, Stämme, Stämme. Stämme sind hier hinten. Sticks haben wir auch noch ein paar. Gut. Sollte noch glatt gehen hier. Vor der Dunkelheit. Weil wir noch einen Baum fällen müssen, auf jeden Fall. So, zack, zack. Ein Baum noch. Du hier. Bist so gut wie jeder andere im Grunde genommen. Hui. Hallo, Dunkelheit. Mann, hier hat sich einiges verändert. Hallo, Dunkelheit. Mein lieber Schwan ist es dunkel. Zack. Zack. Einmal fallen lassen. Stöcke, Stöcke, Stöcke. Ich laufe hier fast blind rum, ey. Ich hoffe, wir können jetzt schlafen. Ach Mist, hier fehlen ja nur noch. Verdammt. Das war jetzt doof. Ich habe gedacht, ich brauche gar keinen Stamm mehr. Deswegen habe ich den fallen lassen. Okay, laufe mal schnell hier runter. Puh, ich sehe nichts. Das ist ja mal echt dunkel. Aber der... Oh. Sieht halt viel realistischer aus. So, jetzt gucken wir mal. Hoffentlich ist direkt morgen, ey. Ich habe da hinten jemand rumrennen sehen. Oh. Puh. Ha. Das finde ich gut. Können wir uns nämlich schnell mal hier noch ein bisschen... das Ganze fertig bauen. Unsere Axt spackt nur megamäßig rum. Aber ist ja nicht so wild. Wir können ja soweit alles noch benutzen, so wie es vorgesehen ist. So, wir bauen uns jetzt hier noch eben die paar Feuerchen hin. Wie gesagt, genauso wie sonst auch. Allerdings haben sie wohl was geändert. An dem Verhalten der kannibalen Feuer gegenüber. Sprich, die laufen nicht mehr allzu häufig ins Feuer. Sprich, höchstwahrscheinlich wird diese Art hier der Verbarrikadierung nicht mehr so richtig funktionieren. Was natürlich doch insgesamt recht schade ist. Beziehungsweise recht problematisch kann das werden. Weil es ja wie gesagt das Ziel ist, hier nicht zu sterben. Und das könnte natürlich ein bisschen aufwendiger werden. Wenn man sich nicht mehr einfach in so ein kleines Häuschen zurückziehen kann. Aber es war ja letzten Endes auch nur eine Frage der Zeit. Bis die Jungs und Mädels ein bisschen besser damit umgehen können. Wir brauchen mehr Stöcker. Ui. Ja, sie haben wieder einiges gemacht hier am Look des Spiels. Es war ein Content. Sowohl ein Content als auch ein ein Bugfix-Patch. Sprich, es sind Inhalte hinzugekommen. Auf der anderen Seite haben sie aber auch ein paar Fehler behoben. Ein bisschen am Look was geschraubt. Wir haben einiges getan. Wie gesagt, ich bin... Oh, das ist natürlich gut. Dass es so schnell nachwächst. Ich bin wirklich begeistert von dem Entwicklerteam. Ganz großen Respekt an die Jungs. Das ist wirklich super. Das ist wirklich, wirklich super. Selten ein Spiel gesehen, was im Early Access war sozusagen, beziehungsweise in der frühen Entwicklungsstufe schon gekauft werden konnte, was so viele Updates bekommt, so regelmäßig. Man kann sich echt immer darauf verlassen, dass auch wirklich die nächsten Updates dann kommen, wann sie angekündigt sind. Jetzt das nächste Update ist zum Beispiel in zwölf Tagen heute, wo ihr dieses Video seht, beziehungsweise wo dieses Video herauskommt, sind es noch zwölf Tage bis zum nächsten Update. Oh, das wollte ich auch nicht. Verdammt. Holla! Das Feuer ist eventuell etwas zu hell, möchte ich meinen. Aber gut. Dafür sind die Nächte ja umso dunkler. Mein lieber Schwan. Das leuchtet ja jetzt richtig hier. So. Dann bauen wir uns mal noch hier so eine kleine Feuerstelle, wo wir uns was zu essen kredenzen können. Machen wir mal die bessere Feuerstelle wieder. Und zwar... Machen wir einfach mal hier hin. Wir brauchen wieder ein paar Stickies. Die Frage ist, wollen wir uns tatsächlich hier jetzt wieder so ein bisschen was Größeres bauen? Na gut, so ein bisschen können wir uns natürlich hier tatsächlich mal einbauen. Und das machen wir einfach mal... Wir könnten natürlich diesmal die Dinger nehmen, ne? Wir nehmen jetzt einfach mal die Defensive Walls, sprich die Mauern, die ein wenig höher nach oben ragen und dann eventuell auch verhindern. Waren das meine Schritte oder... Ich bin mir nicht so sicher, ob ich meine Schritte da höre oder die von einem Kannibalen. Dementsprechend sollte es ja hierdurch jetzt auch noch ein bisschen schwieriger sein für die Jungs und Mädels... Na komm, darf ich dich einsammeln jetzt? ...da hinüber zu kommen. Mein lieber Schwan, das Feuer ist hell. Ja, also sie basteln halt viel an der Beleuchtung, an der Belichtung herum. 100%ig getroffen haben sie allerdings noch nicht, wie es sein soll, glaube ich. Also insgesamt gefällt mir die Beleuchtung ganz gut, nur das Feuer ist eben ein bisschen zu hell. Zumindest tagsüber. Die Nächte sind ein wenig zu dunkel. Aber was soll's. Ich will ja nicht meckern, ist ja eine Alpha. Ist alles erlaubt. Ist auch kein Meckern, sondern eher ein Feststellen, was ich hier mache. Was wir jetzt gleich auch noch tun werden, ist eine weitere. Für mich die beste, interessanteste Neuerung hier in dem Spiel. Wir können uns nämlich jetzt einen Bogen und Pfeile craften. Dafür müssen wir allerdings erstmal alle Zutaten zusammensammeln. Müssen wir mal schauen. So, das sieht doch mal nach was aus hier. Ist vielleicht ein bisschen doof, dass ich das direkt fertig gebaut habe. Äh, wir können einfach mal hier so jetzt noch... Hier so... Gucken, wie es hier am besten passt. Ha! Da hat der... Der Donner hat mich mal fröhlich zur Seite geschubst. So müsste es gehen, ne? Ja, so passt das. So, wie gesagt, Pfeil und Bogen können wir uns gleich noch bauen. Mal schauen, ob wir es noch in dieser Episode hinbekommen. Ansonsten machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Episode. Denn wir brauchen dafür, wie gesagt, ein paar Baumaterialien, die wir alle noch nicht zusammen haben. So, du kommst ja mal weg. So, wir können ja mal schauen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht angegriffen. Wir können uns, ähm, aus fünf Federn, oder nur zwei Federn, und einem Stick, könnten wir uns... Was passiert, wenn ich dich töte? Aha. Das ist gut. Das ist sehr gut, dass da dann einem die Federn so zugeflogen kommen. Tut mir ein bisschen leid, weil eigentlich sind das ja liebe Vögel. Aber... Willst du machen? Fünf Pfeil und Bogen brauchen wir nun mal, die Dinger. So, wie viel haben wir denn jetzt? Sieben. Zwei, drei, äh, fünf. Und ein Stick. Ergibt... Pfeile. Jetzt haben wir Pfeile. Pfeile allein helfen uns nur dummerweise nicht. Wir müssen uns natürlich auch noch einen Bogen bauen. Macht Sinn, weil mit Pfeilen auf Gegner schmeißen... Gut. Wenn du das Auge triffst, dann könnte das was werden. Ansonsten ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, da tatsächlich tödlich zu sein. Dementsprechend, wie gesagt, müssen wir uns noch einen Bogen bauen. Jetzt werde ich mal gerade hier noch was hinbauen und... Hier noch was dranbauen. So. Ja, das ist okay, so. Das ist... Können wir so machen. Sieht direkt viel mehr wie ein Fohr aus, ne, mit den Mauern. Sieht viel geiler aus. Muss ich einfach mal so sagen. So, es wäre trotzdem schön, wenn wir mal ein paar von den... kleinen Leguan noch haben. Von den kleinen Echsen, damit wir uns mal wieder anziehen können. Wir müssen uns mal wieder einkleiden. Und wir sollten vielleicht das Feuer auch mal fertig bauen, ne. Machen wir folgendes. Ein bisschen durch die Gegend laufen. Ein paar Steine sammeln. Stöckchen sammeln. Beeren essen. Steine. Wir brauchen mehr Steine. Ich möchte das Feuer mal eben zu Ende bauen. Damit wir uns mal eben was kredenzen können. Was Leckeres. Da ist noch ein Stein. Hier ist noch ein Stein. Müsste jetzt eigentlich reichen. Ja. Das Feuer ist echt brutal hell. Oh. Jetzt finden wir immer zwei Steine. Skandal. Ein Stein. Noch ein Stein. Zack. Zack. Angezündet das Ganze. Karnickel drauf. Kurz mal ein bisschen gewartet. Ich muss sagen, ich habe durch diese veränderte Verhaltensweise der Jungs und Mädels, habe ich echt viel mehr Angst jetzt. Ich bin voller Paranoia. Das ist echt krass, ey. Das ist echt krass, was hier abgeht, ey. So, dann müssen wir was essen. Wir dürfen was essen. Zack. Sind wir dicht. Voll sind wir. So, jetzt mal eben kurz ein paar Echsen gejagt. Ich hoffe zumindest, dass wir irgendwelche finden. Das wäre schön. Also eigentlich, hier in dem Gebiet, weiß ich, sind bisher eigentlich immer ein paar rumgerannt. Allerdings weiß ich da noch immer nicht so richtig, so hundertprozentig, da. Wie die Dinger sich verhalten, beziehungsweise zu welchen Tageszeiten sie da sind. Und so weiter und so fort. So, hier ist kein Speer. Sonst war hier immer ein Speer. Gucken, ob bei dem Zelt noch einer ist. So. Ein paar Blätter sind immer gut. Gerade von den giftigen Büschen. Die sind ja sonst zu nichts Nutze. Die sind ja sonst nichts Nutze. Kann ich dich aufsammeln? Ja. Sehr gut. So. Arschloch. Wunderbar. Tennisball brauchen wir nicht. Alkohol nehme ich mit. Jetzt haben wir hier noch eine Cola-Dose oder was auch immer das ist. Vielleicht war es ja keine Cola. Stein. Kleines Steinchen brauchen wir nicht. Hmm. Kann ich mit dir eigentlich was machen? Nee. Du bist weiterhin nur Disco. Äh, Disco. Deko. Du bist der Disco-Hai. Zack. Das ist ja praktisch. Das ist ja sehr praktisch. So. Dann fangen wir uns mal eben noch einen Fisch. Ähm. Dann fangen wir uns mal eben noch einen Fisch. Da hinten. So. Wir hätten noch einen zweiten hinterher. Wunderbar. Und es fängt wieder an zu regeln. Das ist doch schön. Das ist doch echt schön. Wir wollten uns ja eigentlich noch welche von den... Ja. Ja. Kann ich... Oh. Es ist wirklich schwerer zu treffen hier mit dem Ding. Geht das überhaupt? Sieht gerade nicht so aus irgendwie. Ne. Doch. Der Sound hat nur gefehlt. Und man muss bedeuten besser treffen. Was ist denn hier? Ein Steinchen. Ich brauche kein Steinchen. Ich brauche Echsen. Ich brauche Echsen. Und außerdem müssen wir das Boot finden. Denn das Boot... Auf dem Boot befindet sich etwas, was wir... gut gebrauchen können. Wir brauchen nämlich ein Seil. Ich weiß nicht, ob die... Seile in den Höhlen ebenfalls genutzt werden können. Könnten wir ja eigentlich mal ganz kurz hier in die Höhle reingehen. Weil hier waren ja Seile. Soweit ich mich recht entsinne. Oh. Die Axt nehmen wir automatisch wieder in die Hand. Das ist ja gut. So. Ein bisschen Medizin kann auch nie schaden. Wir gucken einfach mal ganz kurz hier rein. Nur so zwei, drei Meter. Ob denn hier eventuell sogar... Dunkel ist es hier. Sehr, sehr dunkel ist es hier. Aber die Beleuchtung ist besser mittlerweile. Haben wir denn irgendwo... Ein Seil? Ich bin nur für ein Seil hier. Ich will jetzt hier gar nicht lange drin bleiben. Leider sind nirgends Seile zu sehen. Und viel weiter möchte ich jetzt hier auch nicht reingehen. Denn... Nein, da hinten ist... Nein, 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 nein. Nö. Danke. Kein Seil zu finden. Müssen wir tatsächlich ein anderes Mal nochmal vorbeikommen. Beziehungsweise das Boot finden. Wie gesagt, auf dem Boot gibt es das wohl auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das eben hier auch möglich ist. Keine Ahnung. Das Boot ist allerdings hier nirgends zu sehen. Hochinteressant. Wieso gibt es hier kein Boot? Müssen wir uns mal in der nächsten Folge... Umschauen nach dem Boot. Jetzt mal nochmal ganz kurz hier nach ein paar Waranen umgucken. Auf dem Weg zurück nach Hause. Denn wir haben nur ein Teil Rüstung angelegt. Das ist vielleicht... Keine Ahnung. Linke Hosenbeine oder sowas. So, ein bisschen was gegessen. Ach, da sind wir ja schon wieder zu Hause. Leider ist hier nirgends wo so ein... Tier zu sehen. Hallo? Echse? Einfach mal stehen bleiben und mal gucken, ob sich irgendwas bewegt. Ich sehe aber ehrlich gesagt nirgends was. Hm. Hm. Nee. Nirgends ein Tier zu sehen. Was macht ihr denn hier? Hm. Ritualtot hier oder was? Ähm. Was zu essen? Nee. Tatsächlich... Keine Echsen zu sehen. Na gut. Machen wir dann eben beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal bauen wir uns dann auch den Bogen, wenn wir dann irgendwann mal ein Seil finden. Müssen wir mal schauen. Wo wir das dann letztendlich finden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hier das nächste Mal in The Forest.